Was geht ab Fitnessfreunde? Zum Frühstück gibt's Obst, Obst mit Mandelmilch, Shreddies und ein paar Mini-Aureos, Wassermelone. Hier gibt's ein paar gesunde Pfannkuchen und Tapia, was hast du, was ist das? Fette Portion wieder? Ich kann es immer nicht ausprobieren, Tortilla? Tortilla. Mit Salami, italienisch wollte ich schon sagen, spanischer Salami. Für dich gibt's Tortilla auf Mallorca. Entschuldigung, ich bin Russe. Ich bin Pole. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020